und damit meine lieben freunde sage ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von horizon forbidden west und zwar machen wir in der story weiter und zwar sollen wir uns zu der zu dem ort der explosion begeben zu dem ursprung und ich bin hier schon mal hingelaufen habe auch schon mal gespeichert und ich würde sagen wenn da eine maschine weniger die säure spucker haben freunde mitgebracht jawohl noch einer weniger achto wo ich wusste nicht dass er hier hoch kommt wo wo zow zow Nein, jetzt bin ich wieder gefallen, aber... Oh, weil sie sich eingedurcht hat! Jawoll! Eine Maschine weniger! Oh, oh, raus aus der Dörre, raus aus der Dörre! Jawoll! Noch einer weniger! Puh! Wir sagen jetzt ist ein bisschen... ...weich gerade... Aua! Jawoll! So! Der Steinbruch ist sicher! Die Stufe ist jetzt erreicht! Ja, sofort! Erst mit sich looten und dann reden wir! Immer erst looten und dann mit den... ...Questgebern reden, wie sonst... ...kommt man nicht mehr dazu und wird... ...wieder abgehalten oder irgendwo anders hingeschickt! Das müsste es gewesen sein! Ja, jetzt können wir mit ihr reden! Keine Ahnung, was Nenora hier macht, aber wir schulden dir was! Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an! Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung! Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren! Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch! Jetzt ist es immerhin ruhig! In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren brüllen! Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen! Hm... Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder! Solange Erwin nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen! Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns! Meine Leute haben schon genug durchgemacht! Hat Erwin so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen! Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen! Hm... Na ganz toll! Der Typ ist mir sowieso nicht ganz koscher! Hmhm... Hmhm... Räume, ich hab die meisten Dornrücken erledigt! Die Teildurchquerung müsste sicher sein! Ich überbringe woher dies die gute Nachricht! Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden! Ja, Eloy, wir drücken dir die Daumen, dass das langsam wird! Ach, da haben wir noch einen übersehen! Joa, dann würde ich sagen... Sehen wir uns das nächste Mal wieder! Ähm... Wenn es heißt Horizon Forbidden West! Ich weiß es war kurz! Aber ihr wisst es ja, ich halt immer wenn möglich kurz und bündig! Und... Ja... Das war schon! Vielleicht machen wir auch noch einen der Nebenquests, die es hier gibt! Na gut, es gibt noch genug Nebenquests zu erledigen! Ähm... Ja... 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 Ja...